Liebe Mitglieder, hier ist Sonja Ratner. Wir sind heute bei Bändigung wilder Tiere dabei und wollten euch mal hier einen kleinen Ausschnitt zeigen, mal vom Außengehege. Seht her. Und da ist auch da dieser liebe Kerl. Oh, schau mal. Ja, und jetzt haut er ab. Ich sag mal, bis zum nächsten Leben. Da ist noch mal ein kleiner Blick ins Gehege. Tschüss.